Wieso wird eigentlich nicht ORF1 durchgeschaltet? Da läuft jetzt Maschek, 20 Jahre Maschek. Schalten Sie das durch, kommen Sie. Entscheiden wir das mit einem Schere, Stein, Papier. Kommen Sie, Herr Wolf. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Machen Sie sich nicht lächerlich, Herr Kölz. Das ist mir ganz egal. Sie können nicht entscheiden, ob da durchgeschalten wird. 20 Jahre Maschek. Am 18. und 25. Juni in ORF1.